Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tokio Tourette Egal, du hast den nächsten gefunden, perfekt Ich habe gerade gemerkt, ich habe hier wieder Sound, das ist mega schön Ich habe keine Schaufel mehr Ja, da oben steht noch eine, hast du die nicht mitgenommen? Nö Ah, die habe ich genommen, Alter Hier Ähm, ja Das ist ein paar neue Charakter, ne? Echt? Das ist ein Bauarbeiter Das ist ein richtiger Bauarbeiter, oh mein Gott, das ist richtig geil, dieser Skin Ja, wirklich Dann muss ich jetzt noch an das Doppelfeld links am Rand Ah, dort den habe ich schon, glaube ich In dem Doppelfeld Dann muss ich noch zu dem anderen, der ist dann dort hinten in der Ecke Achso, ja gut, dann kann ich hier noch lange suchen Okay, Leute, wie gesagt, wir sind hier gerade Also habe ich eigentlich gar nicht gesagt Der müsste dann jetzt hier sein Wir sind gerade auf der Suche nach dem letzten Code Ja, wollte ich gerade sagen, er ist doch hier hinten Da in der Ecke, der hinterste, würde ich sagen Ach, meinst du den nicht? Achso, nee, doch an dem Doppelfeld Der hatte ich doch den hier noch nicht Oh War doch nicht klar Ja Dann vielleicht auf der anderen Seite von dem Feld Hä? Hier vorne an dem Doppelfeld am Rand Hier oben auch nicht, ne? Hier oben vielleicht Da oben sind auch zwei Der hier Ähm, ja genau, Leute, wir sind hier gerade diese Code im Ausbuddel, wie ihr vielleicht gemerkt habt Hier, seht ihr, dass hier schon zwei Wir haben schon drei Teile Hä? Ja? Ach ja, stimmt Hä? Und da hatten wir ja schon Lol Okay Nevermind Leute, wir können jetzt hier in dieses Haus rein, wo ist Red Wir warten noch kurz Das gerade gar nicht, muss ich die Ah, einfach hier benutzen Ja, okay, chillig Das geht jetzt auf Du Red Oh, davon ist ein Bauplan, Bauplan, Bauplan Oh, wichtig Dann nehm ich immer den Großer Hugsack Großer Hugsack Noch ein größerer Hugsack mein Gegner Oh, das ist so wichtig, Alter Ich glaube, wir gehen direkt nach das Schifffach aus Wobei, ich hab keine Platzprobleme Ach, null, ich hab null Platzprobleme Aber ich hab halt auch mein Inventar komplett leer gemacht Okay Geht sie oben noch irgendwo hin? Ja, muss ja, oder? Hast du wieder eine Lötlampe gefunden? Oh, was ist das? Ich benutze eine Harpune und ein... Ich habe eine Harpune, so Oh, Alter Wir haben das... Oh Ja, das tut mir jetzt natürlich leid Wuh No risk of an... Nein Hahaha Ich habe eine Falschhagen bekommen Richtig Opfer Warte auf mich da drüben am Eingang Oh, Alter, bin ich mal geflogen Dann kannst du filmen, wie ich komme, eh Alter, ich hab... Ich hab einen Zugangsschlüssel mehr Wir haben jetzt alle Zugangsschlüssel Ja, jetzt warte doch mal kurz Ja, ja Kurz wieder hochlaufen Leute Oh mein Gott Ja, wir haben auf jeden Fall diesen Code jetzt gefunden Jetzt brauche ich das gar nicht mehr zu erzählen Es ist tatsächlich nicht so, dass ich viele Energys trinke Ich trinke einfach nur so drei verschiedene Energys trinke Oder ne, vier Es gibt vier, die ich trinke Ne, fünf Ich trinke einfach gerade die, die mir in die Hände kommen Ach, hi Äh, ich hab... Ach so, das ist das Haus Hahaha Imagine, jetzt hättest du noch Probleme Dann können wir hier rein, wir müssen hier raus Und hier runter slidern Weii Hey, wir gehen jetzt einfach da rüber, das ist ja richtig los Hä, kann es sein, dass du schon ein neues Zip-Line-Tool hast? Ne Tu mir mal dein Zip-Line-Tool droppen, bitte Seilrutschen-Geschirr Gib das mal her Geschirr Jetzt gibt er mir das alte, das kaputte Ne, die sind gleich kaputt Ne, weil das sah dein Zack grün aus Weil wir haben ja... Huch Aber wenn du mal guckst beim Craften Ah ne, das haben wir gar nicht Ach, ich dachte Oho Magic Abus Schlösser Boah Und Fahrstuhl Oh nein, Knöpfe Oh, geil Mal gucken, wo wir jetzt hinfahren Hey, wir waren schon im siebzehnten Stock, was ist das denn? 22? Okay Oh, ne Münze Wow Wir sind jetzt an dem Käfig, guck mal Lol Erstmal nach links Müssen wir überhaupt raus? Ja, müssen wir Hier geht's nach oben Oh Benutze einen Hammer Okay, müssen wir Hammer suchen So, dann geht's hier in das Netz Oh, Challenge Oh, Alter Warum sind hier so riesige Netze? Warum sind hier so riesige Netze? Schaut ihr was? Wie ist das? Alter, ich bin aber so ein Jump... Oh Gott Ah, aber jetzt kann man hier so weiter, oder wie? Oh mein Gott Oh Nein Ah Ich hab' mich runtergeschossen Wo bist du das Jump'n'Run? Wir müssen hier das Jump'n'Run machen Wo ist denn das? Hier, das geht einfach los Mann, das ist so schwierig Ach genau, die Auffangnetze sind dafür da, dass wir, wenn wir runterfallen, dass wir... Ah, warte mal Ich kann hier eins benutzen Komm mal her, wo bist du? Was kannst du eins benutzen? Hier ist so ein Zugriff mit so einem Fast-Run, das will ich benutzen Wo bist du? Ich bin hier oben, ich bin am Jump'n'Run Ja, warte, dann komm' ich auf das Jump'n'Run kurz hoch Du kannst ja das eh easy Ich hab' das so schön Wollte ich was sagen, für dich das ist kein Ding Wieso jeetet das mich? Hä, ich bin gesprungen Oh, das ist ja hier vollgeist, Digga Oh, ne Ja, die Steuerung ist gewühlt auch genauso beschissen Und die Jump'n'Run's auch Ich bin hier drüben wieder am Anfang Ich wohne hier, der Checkpoint Nein, ich wurde schon wieder runtergeschmissen Moin, moin, ich bin hinter dir Hey, du bist ja an der Stelle, da bin ich ja schon links vorbei Ja, ich weiß, ich schaff das da vorne irgendwie nie. Wieso schiebt mich das weg? Das ist ein Witz. Das ist so ein Scherz, wie ich gerade runtergefallen bin. Ich schau mir dich jetzt an. Oh, tschüss. Guck, guck, guck. Ja, ich bin so gut. Scheiße, ich hab meine STRG-Tagst du losgelassen, weil ich was getrunken hab und dann kam das Ding. Wie geil ist das einfach außer? Ach, moin. Moin. Jedes Mal. Die Leute, das ist gerade mega wie Unge angehört, aber egal. Ich bin wieder ganz unten. Nein, was? Ich hab's fast geschafft. Nee, schon spaßige neun Stunden auf uns zukommen. Alter, ich auch. Vor allem, es jete dich auch immer so runter, dass du nicht einfach zum nächsten Level zurückgeschmissen wirst, sondern einfach zum letzten Kilometer, Alter. Du wirst dir so verzweifeln, mein King. Ich weiß. Mann, was ist das? Ich dachte, Utopia, wow, cool, letzte Insel. Aber nee. Mein King, weißt du, was ich komisch finde? Weil das ist, dass du den Monster nicht kennst. Das ist Doktor, das ist so orange, eigentlich Orangensaft, der schmeckt, also einfach wie Orangensaft. Mit so Zitrone und so Sprudelwasser. Ein bisschen hochgekommen, Red. Zieh mal hier. Wo muss ich denn hier jetzt hier hin? Ich weiß aber gerade nicht, wo ich hinmuche. Wobei, doch, warte. Wir brauchen einen Zahnrad. Ich spieg dir das wieder hoch, ne? Bitte, ich schaffe es einfach. Ah ja, ich bin weiter, ich bin weiter. Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Da kam irgendwie doch nochmal ein Ding. Aber warte, na, ich hab hier... Aber ich dachte, es leckt, aber der Server hat man nur gehabt. Also gespeichert. Nee, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ja, ich muss das jetzt wieder machen. Ich komme jetzt wahrscheinlich wieder an dir vorbei. Ja. Ja, oh Mann. Oh Scheiße. Och Mann. Also ich sag das aber so, du wirst so verzweifelt dahinten. Voila, ich hab's geschafft. So, nächster. Siehst du dich? Oh mein Gott, ist das schwierig. So, nächsten. So, hier bin ich von uns runtergefahren, weil ich nicht kapierter, wo ich langen muss. Wo muss ich denn hier? Oh mein Gott. Ach so, da muss ich langen, okay. Ah, hier rennt. Ich bin da. Oh mein Gott, ist das langsam. Pass auf, da bin ich runtergefahren. Da musst du wieder von da anfangen, wo du gerade die ganze Zeit gehangen hast. Oh nein. So, von hier musst du nicht nach unten fallen, sondern du musst nach unten. Hier ist noch ein Heck von zwischenchen. Aber du musst jetzt so... Oh mein Gott. Ich bin es nicht. Oh. Wie hab ich das gerade... Nein. Alter, da oben kann man den Kopf anschlagen. Das ist das Ding. Warte, warte mal kurz, Leute. Ich komm da wieder hin. Oh, oh. Jetzt kannst du mich... Oh mein Gott. Hauptsache... Ey, ich hab das Jump'n'Run vor dir geschafft, ne? Und, und, und... Ich verstehe das nicht. Wo bleib ich da hängen? Wieso bist du an dem Flügel, der über dich drüber gegangen ist? Ach so. Da muss man auf das auffassen. Ja. Hey Junge, jetzt muss ich wieder Speed machen. Ja, das Einzige, was da halt ist, ich kann dir mal erklären, hier so ein Hammer, der da liegt. Ich mach jetzt noch den, wenn ich das nicht schaffe, dann... Mach... Hallo. Ah, du hast es geschafft. Lol, hi. Ja, ja, ich. Komm her, Leute, wir haben es geschafft. Finally. Hammer. Jetzt können wir, glaube ich, hier... Wir brauchen ein Zahnrad. Und wo bekommen wir ein Zahnrad? Was? Ja, da geht noch ein Zahnrad. Das heißt, wir haben das umsonst gemacht und müssen es dann nochmal machen. Nein. Aber warte mal, hier geht es auch noch irgendwo, oder? Oh, nee. Das ist... Aber warte mal, hier, was ist das hier? Ja, das... Benötigt ein Zahnrad. Ah, guck mal, hier können wir das uns zur Seite schieben damit. Guck mal, ich hab das jetzt so gemacht, dass wir das Zahnrad uns hierherfahren können. In der Fälle, dass einer das Jumpmannschaft dann hier bleibt und dann kann man sich das Zahnrad so in uns her schicken. Ja. Das heißt, wir haben jetzt quasi das Teil, dass wir das mit dem Zahnrad schicken können. Leute, mit dieser Musik werden wir die heutige Folge. Das war ja also absolut schlimm, was wir heute gemacht haben. Weil das ist gar nicht gebracht, Mann. Scheiße. Leute, wir suchen jetzt das Zahnrad weiter. Schau bereit, wobei wir wissen, wie es weitergehen. Und dann würde ich sagen, was das ist. Zumindest, Leute. Tschüssi. Ciao. ける so mellow, fresh up out the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what do? But these be the swaggiest. It's real clean, but my flows be the nastiest. Let's wrap .